Hallo liebe RheinKickTV-Fans, ich bin der Ethem Kais vom FC Pech und ich bin der Adan Student vom FC Pech. Wir tippen heute den zwanzigsten Spieltag der Landesliga. Wir fangen an mit der Partie Thuss Oberpleis gegen Thuss Majer Linden. In Oberpleis sind wir, weiß ich, im Hinspiel mit 3-0 untergegangen. Ich finde die sehr heimstark, deswegen glaube ich, dass das ein klarer Sieg wird für Thuss Oberpleis mit 2-0. Was sagst du? Ich glaube auch, dass sie gewinnen mit 2-1. Dann haben wir das nächste Spiel, das ist Fliesdorf gegen Bad Honnef. Da weiß ich jetzt vom ersten Heimspiel, dass Bad Honnef in der Defensive nicht so gut steht, aber in der Offensive sehr gut besetzt ist. Fliesdorf dagegen hat einen sehr guten Torwart, den kennst du sogar. Und ich denke aber, da Fliesdorf den Heimvorteil hat, denke ich, dass Fliesdorf das mit 2-1 packen wird. Ich denke, dass das ein 1-1 wird. Das nächste Spiel ist der SG Worringen gegen Rot-Weiß-Mehl. Da tippe ich auf ein 4-0, da Worringen sehr offensiv stark ist, sehr stark besetzt ist in der Offensive. Und das wird ein klarer Sieg für Worringen, tippe ich mal. Ich schließe mich der Meinung von ETM-Kais an. Die nächste Begegnung ist Niederkassel gegen TV Herkenrath. Niederkassel hatten wir letzte Woche gehabt und ich finde, das ist keine Landesligamannschaft. Und da denke ich, Herkenrath wird da ganz klar mit... Da sagen wir 5-0. 5-0 gewinnen. Uns schaffen die nicht einzuholen mit 7-1. Das nächste Spiel ist Bonendinich gegen Thurs Lindler. Da glaube ich, dass einfach Bonendinich durch den Aschenplatz viele Vorteile in der Liga hat. Deswegen denke ich, dass das ein Sieg für Bonendinich mit 3-1 sein wird. Die letzte Begegnung an dem Spieltag ist Trostdorf gegen SSV Merten. Da tippe ich mal auf Merten, auf den Aufstiegskandidaten, auf ein 3-1 für Merten. Da Thursdorf ja der drittletzte Platz ist. Ich weiß nicht, dass das eine junge Mannschaft ist. Und Merten ist halt eine erfahrene Mannschaft. Deswegen glaube ich auch, dass das ein klarer Sieg wird für Merten. Ja, dann kommen wir zu unserem Spiel. Wir werden in Wiel spielen. Ich glaube, durch unsere gute Abwehr und unseren guten Sturm und ein gutes Mittelfeld. Wir sind eigentlich schon alle Sachen gut. Ich glaube, dass das ein Sieg für uns sein wird. Und vor allem da der Serkan Okutan nicht dabei ist. Wenn wir die definitiv schlagen. Ja, ich glaube, das wird ein 2-1 ein knapper, aber doch ein verdienter Sieg für uns sein. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und noch einen schönen Abend. Schönen Abend.